Heishockey in diesen Zeiten bekommt schneller und schneller und du hast weniger und weniger Zeit, die Entscheidungen zu treffen. Und wenn du wirklich etwas erreichen willst, musst du gute Skills haben, musst du dich gut bewegen, musst du effektiv bewegen einfach. Und wenn du die gute Skills hast, bewegst du einfach schneller, hast du mehr Möglichkeiten. Es ist Sommer, das heißt, dass wieder die PHA anfängt Ende Juli und ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Dann das zweite Wort ist Heishockey-Goalies, das ist meine Leidenschaft, die mein ganzes Leben ist. Und ich freue mich, den Jungs und Mädels beim Heishockey zuzuschauen, wie sie sich entwickeln. Und das dritte Wort ist Spaß, weil ich hier einen riesigen Spaß habe und gut wieder dabei zu sein. talking and